Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen und ich freue mich sehr, dass Sie da sind zu unserer Veranstaltung Kick-Off Bioökonomie-Strategie in der Metropolregion Rhein-Neckar. An die 100 Akteure waren da, wir haben uns sehr gefreut über die große Resonanz und wir hoffen, dass wir daraus sehr viele Projekte und Initiativen starten können und besonders wichtig ist uns auch, dass wir die Bioökonomie in unserem Pflasternetzwerk Energie und Umwelt vernetzen und dort auch noch weitere Impulse in die Region senden können. In Kreisläufen denken, gemeinsam für mehr Wertschöpfung in der MAN. Das Strategiepapier zur Bioökonomie in der Metropolregion Rhein-Neckar ist fertig. Als erstes Arbeitsergebnis stellen wir es hier vor. Was steht drin? Die Themen sind CO2-Recycling, Urban Mining und Rest Biomasse zur stofflichen Nutzung. All das finden Sie hier in dieser Strategie. Schauen Sie rein und gucken Sie auch vorbei unter man-bioökonomie.de Das ist ein Teil der Herbst- und der Herbst- und 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 Herbst-